Hallo Leute, Willkommen wieder zurück zu Let's Play Saints Row Deferred äh hier gerade mal auf einer Rende und auf einmal wieder starten und wir machen die nächste Agentivität das ist nämlich Helikopter irgendwie blablabla oder so und so, wie das auch heißt irgendwas mit Helikopter ja oder auch nicht Helikopter, Hubschrauberangriff du hast einen Plan, oder? ich gehe rum, mache es so, als ob ich Dirt mache und du töstst die B******, die aufstehen mein Kindes Plan weißt du, wo du gehst? ein paar Locationen aus der Morningstar Dokumente aus der Lockbox ein Plan wie das? Du könntest Schauny hier auf die Stimme lassen lassen f*** das, du bist ein besserer Schuss Ah, Lenkraketen Schüsse und Lenkraketen Lenkraketen sind ja schon cool, aber sind sehr schwer zu steuern gerade so eine Situation wie die hier wenn man nicht gescheit fliegt und, äh, wir kriegen, oder wir sind halt total bescheuert oh, der Ingame-Sound ist wieder viel zu laut wie kommt denn das wieder her? ähm, ich sehe mal so an, dass wir das wieder gleich wieder holen müssen ah, oder ist es auch nicht Dingsbums da äh, wo fährt er, wo fährt er ach, der bleibt da stehen komm schon anvisieren ah, schließt einfach geht schneller ach man, das ist einer, der du bist erzählt von mir ähm, definitiv macht voll fun eigentlich viel mit so Fuchschrauber rum zu crewen vielleicht noch etwas mehr innotischbar wird besser hm, drei von, äh, eins von drei so rum das war knapp nach der zieht gar nicht dazu mhm, ach der hat sich selbst düftgejagt auch nicht schlecht komm schon muss der nächste wuah, der war der match da war er oh, da kommt ja schon der nächste oh, da kommt ja schon der nächste wow, der fliegt hier noch die ganze Bahn entlang der Harmer uh, der war auch nicht schlecht fliegen wir ein bisschen niedriger ah, wo kommt der jetzt entlang, wo kommt der jetzt entlang ach, scheiße ach, scheiße ok, das läuft ja eigentlich schon relativ gut äh, ich hoffe mal, der kommt hier dann irgendwann zum Stillstand oh, da war auch nicht schlecht ja, hältst du irgendwann an und machst mal dein Ding oder so 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 oh, nein, Heli boah, kein Ding für uns ah, ja, 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 hammer, hammer ach, dann halt so gegen die Wand man, ich lieb den Heli oder auch boah vollgegeben ouch, ja, apropos vollgegeben ist wohl scheiße gelaufen, würde ich sagen dann halt grad nochmal für'm frisch ach, verdammt, scheiße auf mal ein bisschen zu weit so, ich hoffe mal, der kommt jetzt ja ja, voll unnötig wieder gewesen, hätte ich doch gleich geschossen naja, Polizei ist hier uns naja, war ja klar uuuh, der war nice komm schon, komm schon halt irgendwo an ja, das war wieder auch sauknapp ja, das ist ja ja, viel zu Regen gibt's hier eigentlich grad irgendwie nicht viel ja, ich weiß, ist ein bisschen komisch, aber ja, okay, komisch ist es nicht, aber ja bisschen blöder, oder, finde ich nicht mir fällt grad irgendwie auch nichts ein, weil es ist irgendwie es ist nicht voll ich kann nämlich jetzt voll dich ablachen so wie andere bei diesem Spiel ich versteh's auch nicht, äh da kenn ich einen, der lacht sich sowas übertrieben über den Spiel ab, äh wie's nur geht irgendwie, aber da denk ich manchmal so wirklich? wirklich? also also der muss schon echt auf Drogen sein, um irgendwas zu lachen, wie ja sowas Unsinn lohnt, als wo nicht mein Gag ist, oder so aber egal, das ist so ist es eben Sache hier wir müssen schauen, dass wir hier die Mission, äh, fertig kriegen okay, die Aktivität einfach und, äh das Gebiet zu erobern, genau das Gebiet zu erobern und mehr nicht aha, er hat sich selbst in Luft gejagt anscheinend und das ist mehr vermerkbar, Piers? was? nein, ich wollte nur noch ein paar Schiffe was kann ich sagen, es ist ein Geschenk da hat er geht noch einer oh, ich glaub der war schon, der hat schon gesessen komm schon, noch eine Lieferung komm komm boah, es wird schon ziemlich knapp, weil er ist schon ziemlich angeframed auch komm schon naja, den krieg ich jetzt hier nicht ah, es fängt an zu regnen fängt es auch mal an zu schneien wir müssen noch ein paar Plätze nachher hey, keine Gasstationen nächste Mal so, wir haben es geschafft und ja, ich hab gedacht, er fährt irgendwo anders noch hin so, äh, eigentlich nicht so arg aufregende, äh, Aktivität, aber es macht eigentlich schon relativ fun, wenn man selbst das spielt so, weitere freigeschalten und wir schauen mal auf die Karte was haben wir denn so schönes für uns ja, hier hier wenn wir das kaufen, dann haben wir das erstmal und wenn wir das kaufen, dann haben wir das auch dann, ach Gott, da ist ja auch noch hier was, ach du Scheiße und hier muss dann sich auch noch was freigeschaltet werden oh mein Gott, das ist bestimmt noch einmal, äh, hier Versicherungsbetrug hier einmal dann, das müssen wir noch kaufen und dem Waffen und das müssen wir auch noch machen dann würde ich sagen, dann gehen wir einmal hierher, gleich zum Waffenladen ja, ich lauf hier nicht doch außenrum, bin ich bescheuert, oder was? geh hier gleich runter Mörderhaltig oh, falsch hin, war da irgendwie nicht angezeigt, gleich und hier, ja, unser erstes Geldpaket geht nochmal tausend dazu, das freut uns gleich so happy, 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 happy na dann halt ich zwar schön hier, oder? ja, okay, das Auto ist nicht grad so der Hammer, aber egal yeah kriegen wir das da selten noch, schade, ich dachte, wir gehen das auch hin und du möchtest ein riesen Code für die Lande ach du schreiß oh ja, ja, wenn wir schon gleich da sind, schauen wir mal, ob wir Munition brauchen, brauchen wir Munition, eigentlich Pistole mit Munition, nennen wir wir haben auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall genügend Munition, fällt mir grad auf das ist mal klar oh weiß K Temtress, äh Temt, Temtress und ähm äh, ja, die Medaillen ja, komm, wir machen das jetzt einfach mal geh weg ach so, ja, hier na, jetzt, also, schon mal schnelles Handling und so schon mal nice, das Fahrzeug schon, schon, schon sehr nice, muss ich sagen schon nice, nice, nice nice es? nice ich sag das doch viel zu oft nice boah, hab ich denn das schon wieder aufgegriffen vor, aber still und jetzt ist es nice ich versuche jetzt wieder Stier aktuell zu bringen oh, doppelte Waffel yeah, Super Reality Climax, äh, blablabla Super Ethical Reality Climax, genau Super Ethical Reality Climax, genau äh ach, wir haben ja alle nein, haben wir nicht ja, ja ne MP was, zu helle da noch einer, ja da noch einer, ja was zu helle was zu helle äh, geschenk äh, geschenk äh, geschenk äh, geschenk ja Meck, dicker na doch, ne du ach, komm, die nehmen wir auch gleich mit äh, was ist das? Ah, scheiße. So, äh, da hier das Würstchen. Ah, komm, leg mich doch. Hey, das war ja klar, das war mir doch so klar, dass es mir wieder passiert. Fäck dich. Fäck dich. Fäck dich. Friss das. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ha, ich komm hier einfach nicht mehr raus, das gibt's doch nicht. Warum ist das? Ja, خiss das zur Sau. Ich will den% Wichser jetzt töten, ja. Bam! Nachem ourselves. also kann man da mal und er hat nicht unterriaher mehr mehr jajaja Attention Fak ich verpässt mich verpässt mich verpässt mich hier voller Atem stillgestand hier ist für dich drauf gehen er kommt nicht mit zwei Stück Hamma hat Achtung du Schatz Mann 86 Prozent gut okay wieder aufstieg ja das haben wir jetzt gerade gesehen dass wir nicht sehen das nächste wäre halt Versicherungsbetrug und halt ein paar Dings hier aber das ist gar nichts hier hier ist doch was frei Prozent hier das ist viel frei und so viel frei Mann Prozent gemäß mit ihr Plains Sands aufkaufen in 8.000 und ich schaue wieder auf die Uhrzeit der jahre schon wieder 16 Minuten aufgenommen Mann ja okay zweimal gefällt und Prozent 9 ne es wird ja auch nicht äh ja sagt man es doch einmal gefällt und halt zwei Aktivitäten ne ist okay an die Schmerzen Zeit weg muss ich sagen das nimmt schon viel Zeit weg es ist nicht jetzt unbedingt Sessler Zeit nicht normalen Lände Sessler ist einfach nicht unbedingt das beste Let's Play Projekt was man sich vorstellen kann eigentlich die perfekte Let's Play Projekt was ich kenne ist eigentlich Battlefield muss ich sagen obwohl da auch wieder sehr viele Dialoge von Prozent von dem Spiel dargestellt werden aber eigentlich so im Prinzip ist es um man braucht nicht lange für die Level also Mission oder so die sind höchstens 30 Minuten lang könnte man dies auch in ein paar Teile hochladen natürlich Prozent je nachdem wie viel Skill man hat also wie gut man ist einfach aber schätzungsweise höchstens 30 Minuten pro Folge äh ja relativ gut eigentlich wenn der macht mal zwei draus dann kann man das Spiel innerhalb von weiß gar nicht 20 Parts abschließen oder nicht mal 20 Parts geht eigentlich relativ schnell jetzt ich muss sagen ich bin ja irgendwo kurz vor der Mitte und ich habe erst sechs Parts glaube ich mal und eine Mission habe ich sogar in zwei Teile aufgeteilt also ja was ist denn eigentlich noch nicht das Beste oder was ist denn überhaupt das Beste oder einer der besten Let's Play Projekte was es gibt also was gut zu Let's Playen ist einfach ich schätze mal dass es wirklich äh Wellfield vielleicht auch Spiele wie wo man überhaupt keine richtigen Dialoge kommt vielleicht nur Ende der Mission und Anfang der Mission und wo man halt wirklich viel über Geschehnisse reden kann einfach wie ah scheiße da ist jetzt was passiert oder so ach Gott er ist jetzt tot oder äh was ist ich da keine Ahnung so viele verschiedenen Sachen gibt es da ich glaub mein anderes Projekt was ich mal auf meinem alten Kanal gemacht habe so Let's Play From Das das war ja ein sehr erfolgreiches Let's Play das war eigentlich gar nicht so schlecht Dialoge am Anfang und vom Ende der Mission zwischendrin kamen eine und der Rest war nicht sehr gut man konnte sie ok musste man sehr oft splitten also schneiden halt aber relativ gut ja fangen wir jetzt irgendwo mal hin äh da ist eigentlich gerade in die Ecke und dann sehen wir weiter wie äh ob ich da aufnehmen oder so ich glaub das wird auch irgendwie dann komischerweise gesplitten apart wenn wir das nicht hinkriegen 2000 ist jetzt nicht immer so viel so einfach weil die Fahrzeuge irgendwie total geschockt sind ja sie sind geschockt auch 30.000 wie das aber 20.000 ja komm wir fahren mich schade ah ich hasse es ich hasse das so sehr ob noch ein Auto noch eins überfahren oh das war so perfekt ach Gott ähm wo eigentlich gar nicht so schlecht bis jetzt kommt fall los fall los fall los fall los na schade oh 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 60.000 gar nicht mal so schlecht nein wie schlecht wie schlecht ach du bist so hässlich ach komm schon darf doch nicht wahr sein da hab ich ja ohne Adralin schon mehr Punkte gemacht ach ist das so hässlich wieder bam bam komm fahr doch fahr genau genau ah er ist nur noch weiter gefahren ach wir haben es schon ok passt doch wunderbar und noch unter der Zeit geschafft muss ich sagen also hoher Haufen Zeug 90 Prozent statt eingenommen das relativ früh oder schnell besser gesagt ok wir haben auf die Karte und haben wir nicht mehr viel und jetzt zeigen mal so ciao Leute bis zum nächsten Mal wir sehen uns bei Let's Play Centro oder auch woanders dann ist ein 90 Prozent ok ciao Leute bis zum nächsten Mal